Endometriose ist eine Krankheit, die Schleimhaufen innerhalb der Gebärmutter sind und ausserhalb der Gebärmutter ist. Dort macht es Entzündungen für Wachsing und Schmerzen. Und es betrifft 10% von allen Frauen im gewehrfähigen Alter mehr als wir denken. Frauen mit Endometriose haben häufig ganz starke Schmerzen bei der Periode. Das kann sich aufdrehen auf Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim Wasserlösen, beim Stuhlgang. Je nachdem haben sie aber auch keine Schmerzen und häufig kann es dann auch Probleme mit dem Schwangerwerden machen. Frauen, die diese Beschwerden haben, müssen zum Frauenarzt gehen. Es ist ganz wichtig, dass man diese Erkrankung aktiv sucht, damit man Diagnose stellen kann und die optimale Therapie durchführen. Wenn man Diagnose hat, ist es dann ein individueller Weg. Es gibt eine medikamentöse Therapie, je nachdem braucht es eine operative Therapie, je nachdem braucht es Hilfe zum Schwangerwerden, Schmerztherapie, Physiotherapie. Es ist ein Weg, den man dann zusammen gehen muss, damit man chronische Schmerzen vermeiden kann. Ich kann verschiedene Sachen abgehen mit der Schmerzen verabschieden. Ich kann sie einfach weiter mit der Schmerzen vermeiden. Ich kann es einfach auf das Schmerzen beitern, dass es sich nicht gut als Schmerzen verabschiedeln kann. Ich kann es schon einmal nicht nur einfach, Ich kann es einfach einfach, Ich kann es einfach nur ein Blimexperrecher dafür,